Und damit jetzt willkommen zurück in der deutschen Vordszene, meine Salzarbeiter und Salzarbeiterinnen. Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde 1 gegen 1 mit dem wunderbaren, wunderschönen, habe ich mir sagen lassen, Malme, grüß dich. Moin, ich bin noch Malme. Das sind 2 gegen 2, by the way, nicht 1 gegen 1, habe ich glaube ich gerade gesagt, ne? Schlimm. Anyway, hi Malme, schön, dass du da bist. Jetzt sind alle verwirrt. Alle verwirrt. Wie war die FPL für dich? Ja, hatte Auf und Abs, sage ich mal so. Auf und Abs. Bitte Geiger. Tja, ja stimmt, du hattest ein paar, paar mal anderen Mitspieler, ne? Also immer wenn ich gespielt habe, war auch Geiger da. Ja, okay, okay. Aber hier, Fluffiges hat man ersetzt. Stimmt, 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 stimmt. Mh, einer nicht kommt. Ne, stimmt, ich habe auch mit Fluffiges gespielt, aber das ist schon so lange her. Hi, ja. Oh Gott, diesen Pinch. Begießt man alles wieder. Was ist denn das mit diesem 3-Windturbinen-Setup-Pinch-4-Mean-Rush oder, ja, also. Das ist halt jetzt richtig cool. Ja, ich merke schon, Alter, das neue Meta. Aber das mache ich auch eigentlich. Ist man damit einfach schneller, oder? Ja. Also ich glaube, es gibt so ein... Ah, guck mal, hinten geht für Dings. Nukes. Oh nein. Da kannst du die Windturbine wieder sailen. Quasi und dann, naja. Es fehlt. I see, I see, I see. Ja, aber auf Nukes habe ich so gar keine Lust, ne? Kannst du so ein paar geängelte Flugs für mich bauen, damit ich einfach gar nichts an Anti-Air machen muss? Ja, da musst du ja nochmal Tech-Twitschen. Also ich, ich, ich glaube, wir brauchen Pinke, so oder so, nur. Ja, mache ich, komm. Ja, komm. Also ich werde mir später auch Pinke holen, so ist nicht. Ah, dann ist er nur... Aber es dauert halt länger. Nur fair. Genau. Das wollte ich damit ausdrücken. Du sollst nicht der Einzige sein, der hier die Ressourcen für die Pinke ausgeben muss. Irgendwann gibst, machst du's auch. Nice. Ich sag dir, T3 Hardcounter. Gegen Nukes. Gegen Nukes. Trust. Also was, also du Hardcounter ist oder wir werden Hardcounter? Ich Hardcounter. Kriegst du die Nukes von oben und dann hat er die nicht mehr oder was? Ja, das ist der Plan. Er kann sich halt legit einfach nicht schützen. So. Ist halt schon strong. Ich werde gepainted. Du bist gepainted. Mhm. Die Turbinen sind aber vielleicht safe. Man weiß es nicht. Ja. So, ich baue gleich Flack. Ruhig dich. Ja, alles gut. Ich habe überlebt. Und ich swing gleich mal mein erstes Ding. Ah. Nee, du hast da richtig was gelernt bei dem Kollegen. Ja, safe. Aber ich muss erst mal wieder auf mich klarkommen. So, jetzt kannst du losgehen. Vielleicht sterbe ich jetzt auch. Nee, sieht gut aus. Boah. 1A Catch. Das erste Ding hängt. Richtig stolz auf mich, Alter. Mittlerweile läuft der Laden. Ich muss jetzt nur noch Defense bauen, damit die nicht gleich wieder gekillt wird. Ich hatte, oh Mann. Wie viele kriegst du jetzt da hin? Bitte? Wie viele kriegst du jetzt da hin? Also wie viele... Da bin ich jetzt noch nicht so strong drin. Das irgendwie zum maximieren. Für maximale Renditen. Äh. 2, 3. Also 2, safe. 3, bestimmt. 4, brr. I don't know. Wird dann auch irgendwann schwierig mit der Energieversorgung. Aber... Kriegt man irgendwie hin. Ich hole jetzt aber erstmal Pink Attack, würde ich sagen. Ich bin schon freisier auf Flagsbauen, ne? Ja, okay. Dann habe ich noch eine Cannon. Das lasse ich mir nicht zweimal sagen. Oh, die sitzt ganz schön weit hinten. Ich hoffe nicht, dass sie dadurch mehr Momentum beim Swing kriegt. Oh, das ist ein Nuke. Entspannt. Ah, aber ich habe... Also, ja, okay. Oh, mein Gott. Oh, okay. Entspannt. Ganz entspannt. Eieiei. Tiefenentspannt. Aber 2, Gana kriegst du auch hin, glaube ich. Nee, also... Gana fühle ich immer nicht so, muss ich sagen. Ist voll wack. Wack. Careful, Nuke. Oh, mein... Oh, mein... Kommst du, Mr. Gana? Na klar. Triff gar nichts. Das ist vollkommen in Ordnung. Ein bisschen meine Schuld. Oh, gut. Ich bräuchte nur mal... Oh, da bräuchte ich mehr. Du hast nicht zufällig gesehen, wo der Shot runterkam? Hat auch irgendwas kaputt gemacht? Oh, Digga, du hast fast gezogen. Oder? Hast du eine getroffen? Nee, aber... Nee, aber fast. Aber die hat irgendwie kurz geraucht, glaube ich. Aber ist schon gut, glaube ich. Ja, dann probiere ich den gleichen Shot nochmal. Da ist auch wieder irgendwas kaputt gegangen. Ja, aber... Ich kann die ganze Zeit nicht hingucken, weil ich hier so konzentriert bin, die Tiny Doors den Gana zu bauen. Holy shit, ist das anstrengend. Gana, treff doch einmal im Leben was. Danke. Okay. 2-T3 incoming. Jetzt gucke ich aber mal hin. Ja, eine New kaputt. Oder eine Swarm. Ey, guck mal, die raucht nur. Kann das sein, dass du die nicht vorne hittest? Nee, der hat die direkt gereplaced. Ach so. Die hintere ist kaputt gegangen. Die andere hat wahrscheinlich das Blast Damage bekommen. Oh, kein Plasma, bitte. Ich klatsch da unten mal Schilder rein, ansonsten bin ich gleich Matsch. Ah. Hörnern den Plasma? Nice. 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 Ah, komm. Ah, ein Feuerlaser, eine Kreissäge. Ja, der kam not too bad. Ein Stückchen weiter. Boah. War auch okay. Ich hole mal Howie als nächstes. Nicht T3, aber halt Howie. Oh mein Gott. Das hat niemand gesehen. Nee. Ich hab gerade nicht hingeguckt, zum Glück. Besser ist es. Ein Stückchen weiter vorne. So, hab jetzt auch noch Flak. Höh! Auf einmal weiter hinten. Höh! Noch weiter hinten! Okay. Okay. Hm. mensch aber musst du sagen die 300 zu shabby ist jetzt dass du den meisten korte mitgemacht ich noch irgendwie noch einer an krieg die kam zu weit die kam fast gut stückchen weiter nur noch erst ein stückchen kürzer zwei dann ein bisschen weiter das kriegen wir hin oh mein wir brauchen eine batterie okay erst ein stück ach shit keine energie gerade stückchen kürzer stückchen millimeter weiter oh das könnte fies kommen ja der war nicht schlecht komm schon der zweite jetzt ein stückchen weiter do it shit der kommt weiter vorne was soll das okay jetzt aber okay so ah jetzt baut er türen vor seinen nukes ich glaub ich hab wieder ein getroffen, weil er hat nur noch einen Nuke und geht jetzt wieder Laser. Dann gehe ich wieder ein bisschen nach vorne. Okay. War gut? Ja. Irgendwie wird was zusammengebrochen. Das hast du wahrscheinlich du. Die sind so böse, ey. Die können so böse. Kommt hier. Holy moly. Ich bin positiv überrascht. Ich habe das, glaube ich, noch nie gesehen im 2v2. Ist halt auch so entspannt, weil sie Nuke gegangen sind und wir die komplett gecovert haben, sage ich mal. Ja, wir haben jetzt keine Probleme mit Map-Control, ne? Nicht wirklich. Ah, der kam zwei. Okay. Der kam gut. Ey, hier ist noch eine Windturbine. Oh, das war noch eine Windturbine. Ah, war der erste Zweite oder der Zweite? Ich weiß es nicht mehr. Oh, ich habe fast wieder den Nuke gekriegt, aber leider nur fast. Ich habe gerade ein bisschen Energieprobleme. Ich muss mal kurz ein bisschen Eco gehen, aber dann bin ich gleich wieder da. Gleichzeitig. Gleichzeitig weiß ich nicht wohl mit Metall. Ne, mein Feuerlaser. Schöner. Schick doch die Quittung dafür. Das darf er doch nicht machen. Finde ich auch. Toy Tonic. Dass der noch wach ist, ist auch ein Frech. Frech Dachs. Hä, wo sitzt der da? Oh mein. Was ist denn heute los? Heute ist krass, ne? Heute ist krass. Jetzt habe ich da noch eine hinkriegt. Oh ja, Kernschaden. Nice. Oh, ist wir gesnabt. Achtung, da wollen gleich nochmal Nukes kommen. Au. Das war ein schöner Feuerlaser. Ich hole ihn jetzt noch. Ich hole ihn jetzt noch. Jetzt hole ihn jetzt noch. Ach so ein bisschen. Das ist das. Dann muss ich noch einmal. Ich hole ihn jetzt noch. Ich hole ihn jetzt noch. Okay. All right, dann. Oh, der kam wunderschön, der erste. Der zweite auch. Okay, die kann ich jetzt Tab E feuern. Ah, jetzt kommen sie zu weit. Und der nicht. Gut. Weird manchmal. Manchmal echt weird. Schönen Schuss. Ja, cool Guys, don't look at their shots, habe ich gehört. Kannst du noch einen Aui bauen vielleicht? Ja, mache ich, mache ich jetzt. Ne, bauen wir nicht mehr. Oh. Was da passiert? Gibt es doch nicht. Mach einen Void. Aber wie hast du ihn da geholt? Gar nicht. Wie gar nicht? Ist er einfach zusammengestürzt oder wie? Ja. What? What? Ist ja gerade die Scheiße. Einfach zusammengestürzt. Das gibt es ja nicht. Oh. Oh. Ist die Metallschon? Oh. Oh. Oh nein. Oh nein. Oh Mann. Oh. 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 Ja. Oh. Oh. Bis zum nächsten Mal.